... und mach sie fertig. Noch drei Leben! Der Gegner hat keine Reserven mehr. Mach ihn fertig. Eine Minute noch. Der Gegner hat keine zweiten Chancen mehr. Nun bist du mit Herzblut dabei, Hüter. Es bleibt noch ein Gegner. 30 Sekunden. Erwischst du deinen Gegner, rührt er sich nicht mehr. Du hast deine Gegner in der Luft zerfetzt. Dieses Match ist ausgewogen.